Hey Leute, ich bin's wieder Marv und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich was Besonderes und Neues vor. Und zwar werde ich euch mal wieder anrufen, so wie immer. Und dann sagen, hey, ich möchte den nächsten Zaubertrick für mein Video faken. Das bedeutet, ich sage ihnen, hey, ich werde euch in 5 Minuten wieder anrufen und euch nach einer Karte fragen. Und sie sollen die und die Karte nennen. Und mal gucken, ob sie mitmachen und wirklich den Zaubertrick mit faken. Und ja, mal schauen. Hallo, hier ist Pia Hascher. Wie bitte? Hier ist Pia Hascher. Chiara? Kia. Kia, weißt du, wer hier dran ist? Nee. Nee? Rate mal. Rate mal. Keine Ahnung. Ich fange mit M an, mein Name. Marv? Ja, du hast mich erkannt. Ich bin's. Marv. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Oh mein Gott. Wie geht's dir? Du bist gut. Ja? Auch super. Ich nehme gerade ein Video auf. Und, ähm, beziehungsweise ich möchte gleich ein Video aufnehmen. Und, ähm, folgendes. Ich möchte, ähm, jetzt meine Fans wieder anrufen, so auch dich. Und, äh, möchte die immer nach einer Karte fragen. Und, äh, dann so eine Vorhersage machen, dass ich in meiner Jackentasche, ähm, eine Karte schon drin hab. Und ist die gedachte Karte von den Zuschauern. Und könntest du mir einen Gefallen tun und dann mitspielen. Wie gut sie schauspielen kann, ja, werden wir jetzt sehen. So, Leute. Und jetzt sind wir zurück. Ich hab mir jetzt ein Hemd angezogen. Und dann werden wir jetzt mal die Kia anrufen. Also, ich hoffe, sie heißt Kia. Keine Ahnung. Und mal gucken, wie gut sie schauspielt. Hallo, hier ist Kia Hascher. Hi, ähm, weißt du, wer hier dran ist? Ähm. Nee. Hm. Weißt du wirklich nicht? Rate mal. Nee. Rate mal. Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah. Ja, ich bin's. Ah. Hi. Echt, schön? Ja. Oh mein Gott. Du, Kia, ich hab grad, ich mach, er nehm grad ein Video auf. Und ich mach dir hier ein bisschen Gedanken lesen. Und, ähm, ich bitte da immer meine Zuschauerin, irgendeine Karte zu denken. Und die werde ich probieren rauszufinden. Okay? Okay. Ähm, könntest du mir einen Gefallen tun? Und denk mir an irgendeine Spielkarte. Egal welche. Okay, mach es. Okay, hast du eine im Kopf? Ja. Ja. Okay. Ich greif jetzt, ähm, in meine Hemdtasche hinein. Und hol hier eine Spielkarte raus. Und es ist keine andere als der Karo-Bube. Ist die Karte, an die du die ganze Zeit gedacht hast. Der Karo-Bube. Ja. Ja. Krass, oder? Ja. Krass. Ja. Wir haben uns, wir haben uns im Vorhinein nicht abgesprochen, oder? Nee. Ja. Okay. Also dann, Kia. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Kia denkt sich jetzt bestimmt, okay, das ist ein YouTuber, der alles fake. Aber es ist auf jeden Fall drauf reingefallen. Kia, falls du eine Möglichkeit hast, dann schreib jetzt mal in die Kommentare, ob du mir das Ganze wirklich geglaubt hast. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Falls es euch gefallen hat und ihr mehr von diesen Telefon-Anrufen, Pranks haben wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten war's das mit dem Video. Wir sehen uns wieder morgen zum nächsten Video. Und bis dahin. Ciao.